BIN ist ein Begriff in der Videoproduktion. Genauer gesagt sind dies in Videoschnittprogrammen integrierte Unterordner, die es ermöglichen, auf Dateien jeglicher Art, welche für Videofilmprojekte immer wieder aufs Neue gebraucht werden, in kürzester Zeit zurückgreifen zu können, ohne zu erst stundenlang den PC immer wieder von vorne danach durchforsten zu müssen. So gibt es für den Videoproduzenten die Möglichkeit, bestimmte Film-, Foto- oder aber auch Musikclips im Videoprogramm selbst zunächst zu bearbeiten, um diese dann in beliebig viele Binnenordner zu verschieben und auf diese vorbearbeiteten Dateien zurückzugreifen, sobald sie wieder benötigt werden. Allerdings gibt es verschiedene Binnenarten, so zum Beispiel auch Smart BIN, welche dazu dient, Videoclips einer bestimmten Framerate für projektübergreifende Arbeiten abzulegen. Über solche Binnenordnerstrukturen verfügt beispielsweise auch das Studioprogramm DaVinci Resolve, jenes Programm, mit welchem ich meine Videos für Euch produziere. Und wie Ihr es sicher erahnen könnt, dient das Ganze dazu, letztlich schneller und effektiver Videofilme produzieren zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.